Hallo, hallo! Willkommen zu meinem neuen Video. Wie man vielleicht hören kann, bin ich ein kleines bisschen erkältet. Deshalb gibt es jetzt nur ein Video, wo ich nicht allzu viel reden muss. Und zwar den letzten Teil meiner kleinen Miniserie Tägliches Make-up. Ich verlinke euch die anderen beiden Teile, den ersten und den zweiten Teil hier. Und für alle, die die noch nicht gesehen haben, es geht halt darum, weil ich bin ein Mensch, ich schmink mich wirklich jeden Tag. Ich gehe so gut wie nie ungeschminkt raus. Und wenn man sich jeden Tag schminkt, schminkt man sich ja anders, als wenn man irgendwie mal zu Silvester oder auf irgendeine Feier geht oder so. Und deshalb habe ich diese kleine Serie gestartet, wo ich das Täglich Schminken, wie ich mich täglich schminke, unterteilt in leicht, mittel und schwer. Wobei selbst das Leicht für Leute, die sich noch nie geschminkt haben, die sich damit noch gar nicht auseinandergesetzt haben, schwer sein kann. Und das Schwere für die Leute, die sich sowieso jeden Tag schminken, total einfach sein kann. Also ist das immer noch jedem so selbst überlassen, was man da jetzt wirklich schwer und mittel und einfach findet. Es geht halt einfach nur darum, die Unterteilung in leicht, mittel, schwer, weil ich mehr Produkte verwendet habe jetzt im dritten Teil im Gegensatz zum ersten Teil. Und weil es halt auch ein bisschen länger gedauert hat und weil es halt ein bisschen auffälliger ist, als das, was ich im ersten Teil gemacht habe. Und ja, da verlinke ich euch, wie gesagt, die ersten beiden Teile hier und nochmal am Ende und dann natürlich auch in der Infobox. Und ich würde mich super freuen, wenn ihr da vorbeischaut. Und wer die anderen beiden Teile gesehen hat, der weiß, dass ich da geredet habe. Das lasse ich jetzt weg. Ich schreibe euch dazu. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass ich euch nicht mit dieser Stimme da belästigen möchte. Und je länger ich rede, desto schlimmer wird die auch noch. Also dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Video. Und wollt ihr mehr von mir sehen, drückt den Abo-Button. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.